einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde ihr wollt wissen wie ihr die armbrust in the forest findet dann bleibt einfach dran um nichts zu verpassen ich zeige den weg bis hin zur armbrust ganz leicht ganz einfach ihr braucht nur die tauchausrüstung also bleibt dran um nichts zu verpassen ihr befindet euch hier auf der karte hier unten und zwar da hinten links ist die jacht hier oben ist der heilige baum und hier unten habt ihr den anker dann rennt ihr hier ins meer und seht auf der anderen seite da hinten ein teil von einem schiffswrack dann schwimmt ihr einmal auf die andere seite falls ihr angst vor haien habt solltet ihr nicht auf die andere seite schwimmen sondern einfach kurz ein rev bauen und euch kurz darüber paddeln dann geht es einfacher und sicherer wenn ihr auf der seite hier angekommen seid und hier das schiffswrack habt müsst ihr einfach nur gerade aus ins wasser rein laufen und hier seht ihr schon aus dem trailer quasi das schiffswrack das ist das neue element auf der map was quasi the forest eingebracht hat und zwar wenn ihr dann hier oben seid könnt ihr euch auch noch mal ganz gut daran orientieren daher habt ihr so eine kleine boje oder so ein kleines holzstück noch und hier ist mein tipp falls ihr auf dem weg von hier von einem high angegriffen werdet oder jetzt kommen sollte hier könnt ihr euch leben nachfüllen hier könntet ihr auch eine waffe rausholen und quasi dann den high bekämpfen und ja das ist auf jeden fall noch ein kleiner tipp falls ihr hier schon seid dann müsst ihr einfach nur hier rein und durch diese kleine luke hier durch wenn ihr hier drin seid einfach zur linken seite hier habt ihr so ein kleines loch noch mal im boden da müsst ihr die taste e drücken und rein tauchen dann kommt ihr auf der anderen seite ins nagelneue cave was neu eingefügt wurde plus die acht hier müsst ihr dann einfach nur einmal komplett den weg wie sonst auch immer einfach nur folgen einmal komplett nach unten einmal durch und wenn ihr dann hier auf der anderen seite rauskommt habt ihr das eigentlich auch schon so gut wie geschafft ihr folgt einfach nur noch hier dem weg ich hole einmal die taschenlampe raus so dann müsst ihr nur noch hier hier entlang und dann seht ihr hier hinten schon hier liegt die armbrust wunderschön hier ist die nagelneue armbrust und hier findet ihr noch eins der neuen teile die ihr finden könnt von den bauelementen und zwar das teil mit dem kreuz dem sarg und der kirche seite nummer 1 und dann habt ihr auf der seite noch feine für die armbrust und hier unten noch sind sechs stück dann habt ihr quasi die armbrust die hier oben im inventar liegt plus die feile und könntet jetzt quasi loslegen abschließend wollte ich euch noch einmal kurz natürlich auch die armbrust vorführen und nebenbei auch noch einen kleinen tipp geben passt auf jeden fall auf die armbrust ist zwar relativ stark und hat auch vorne wie ihr sehen könnt so metallbolzen quasi allerdings müsst ihr immer bedenken dass die armbrust auf jeden fall noch einen tacken länger braucht als der bogen oder ja auch der gekräftete bogen um nachzuladen also ihr braucht schon ein bisschen länger und gerade in situationen wo viele kannibalen kommen ist der bogen auf jeden fall eindeutig die schnellere und bessere wahl als hier die neue armbrust aber ihr seht fünf pfeile und die spinne ist zum beispiel schon im hartmode tot wenn euch dieses video gefallen hat dann gibt mir doch bitte ein däumchen nach oben schreibt mir in die kommentare und ich würde mich natürlich über ein abo freuen abonniert diesen kanal hier um nichts mehr zu verpassen alles zu the forest bald startet auch staffel 6 und ich würde sagen macht es gut meine lieben freunde haut rein peace out alles zu können